Winnen-Gebrüder GmbH war eine deutsche Reederei mit Sitz in Hamburg. Sie ist nicht mit der Reederei F.A. Winnen und Co. in Bremen zu verwechseln. Sie wurde im Jahre 1913 von den Brüdern Gustav Ulrich Winnen, 1874 bis 1930, und Karl Winnen gegründet und betrieb mehrere Segelschiffe, von denen einige bereits 1914 bzw. im weiteren Verlauf des Ersten Weltkriegs von Feindmächten beschlagnahmt wurden. Ihr letztes Schiff die Elfrida, das spätere Segelschulschiff Schulschiff Pommern wurde im Februar 1928 an den Deutschen Schulschiffverein verkauft, und die Firma beendete ihre Reedereiaktivitäten. Sie bestand noch bis zu ihrer Löschung im Firmenregister im Jahre 1952. Untertitelung des ZDF für funk, 2017